Malaki Asana. Die Stellung des heiligen Malaki. Malaki war einer der großen Natas, der großen Meister, ein Siddha, ein vollkommener, gehört zu den 84 Nat-Siddhas. Und nach diesem Malaki ist dieses Asana benannt. Ausgangsposition. Du sitzt auf dem Boden und du hast ein Knie nach oben gezogen und das andere Knie auf dem Boden. Die Fußsohlen berühren sich dabei und du fasst mit beiden Händen an das jeweilige Knie. Du bemühst dich, den Brustkorb aufgerichtet zu haben, wenn es irgendwie geht, beide Sitzhöcker am Boden. Dieses Asana sieht einfacher aus, als es tatsächlich ist. Es erfordert eine gute Flexibilität in den Hüftgelenken. Es ist auch eine gute Übung für die tiefen Bauchorgane. Die tiefen Organe des Beckens werden gut massiert. Dieses Asana ist auch ein Asana, in dem du eine längere Zeit bleiben kannst und du kannst natürlich auch nach einer Weile die Stellung wechseln. Manchmal wird die Stellung auch bezeichnet als Stellung der halben Girlande. Aber auch wenn Mala Girlande heißt, ist dieses Asana nicht benannt nach Girlande, sondern nach dem Meister Malaki, der zu den 84 Nath-Siddhas gehört. Mehr Informationen zu allen Asanas, auch zu den Asanas der 84 Nath-Siddhas auf unseren Internetseiten wiki.yoga-vidya.de Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.